ok die kiste muss durch eine tür was nicht funktioniert für was brauche kiste hier irgendwie muss die kiste hier rüber aber es geht ja nicht die pläne kann ich nicht verschieben ich kann hier das kann ich niemals im ich dachte mir bin hier aber bin hier gar nicht kann man ich starte immer hier aber ich kann ja hier gar nicht sein weil ich komme hier an nicht weiter kann höchstens die kiste verschieben jetzt müsste theoretisch hinter mir kiste sein irgendwo hinter mir eine kiste beziehungsweise irgendwo eine kiste moment auf der suche nach einer kiste hier ist das hier ist das jetzt mal schauen moment wo war die kiste das ist jetzt tatsächlich so besser die kiste war am nicht auf diesem gebäude sondern am zweiten ich bin am dritten gebäude oder genau bin am dritten gebäude muss aufs zweite gebäude das ist hier und hier müsste jetzt theoretisch irgendwo eine kiste sein irgendwo irgendwo eine kiste sein irgendwo oder ist die hier also weiß ich weiß es jetzt auch nicht hier ist der punkt wenn ich hier so bin müsste jetzt rechts unten neben mir irgendwo kiste stehen tut sie aber nicht kann ich springen nein es ist wirklich so bisserl hier ist doch eine kiste so die kiste nehme ich jetzt wo muss ich hin damit das ist sehr gute frage wo brauche ich kiste hier wo soll ich denn die hände kiste wo bringt mir die kiste was ich bin hier am letzten gebäude quasi hier die da mal abstellen wie kann ich die kiste bitte abstellen hier jetzt habe ich die kiste abgestellt die ist jetzt hier vor dem ding das ist richtig vor der leiter wo muss hin wo muss hin wo muss hin letztendlich muss ich hier hin ich komme zu dem schlüssel schlüssel ist an dem gebäude wo die sprungbrett ist nie beim sprungbrett sprungbrett gebäude war hierher rügen genau hier ist der schlüssel sehen doch ich komme nur nicht runter das heißt den muss ich auf der karte bewegen hier komme ich hier wieder wenn mich hier wieder hier oben hätte die kiste gebraucht auf dieser linie wo der kreis ist gott andere werden sie jetzt denken ja was macht denn der auf der auf dem auf der kreis linie brauche die kiste kreis linie die müsste ja hier am anfang irgendwo sein hier war die bestimmt kreis linie genau muss mein toller screenshot wieder mal anschauen ohne die gar gar nicht auf dem kreis eine kiste kreis auf dem kreis eine kiste gut hier dann wieder zu dem plan gab dann machen wir so ein rätsel wo man echt orientierung braucht und dann muss ich das spielen der herde orientierungslosigkeit sagt kiste haben wir hier was war jetzt erstmal ja komm ich hätte rein ok ok erste karte glaube geschafft hier komme hier hin jetzt habe ich den schlüssel das ist schon mal gut jetzt liegt der schlüssel hier ok dann das ist gut glaube ich er müsste jetzt für mich erreichbar sein genau der liegt jetzt hier und den brauche ich aber aber hier ja doch den buch hier komme ich hier hin bin ich hier bin ich hier gehe hier hin dann brauche ich den schlüssel dann brauche ich den schlüssel hierher hier hier kommen von hier geht es nach hier und hier kommen wir dann auch nicht weiter das heißt müsste vielleicht von jetzt legen wir den mal dahin machen wir hier mal b jetzt hier mir e f Untertitelung des ZDF, 2020